Moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Heute spiele ich mal den Cop-Mogos von Far Cry 3 und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß dabei. Mal lass rocken. So. Was sagen wir hier gerade ein Intro. So ein alter Mann und so eine komische Rakia-Lady. Sind wir hier. So, Bewaffnung wählen, haben wir gemacht. Ja, das passt schon. So. Starten in 3 Sekunden. 2, 1, 0 und los geht's Leute. Lass uns endlich loslegen. Wir können nicht länger warten. Ja, das ist eigentlich auch, wir können nicht länger warten Leute. Ah, ist das geil. Oh, ist das geil Leute. Burn. Burn. Perfekt. Der Cop-Modus ist ein richtiges Schmuckstück von Far Cry 3. Also den müsst ihr euch wirklich mal reinziehen Leute. Könnt das natürlich auch mit euren Freunden spielen, wenn ihr wollt. So. Die dieses Magazin immer schön nachladen. Ha, der Waffensound. Das ist natürlich herrlich. Da kommt einfach das epische Gefühl rüber. Was ich hier im Spiel immer so vermisst habe. So. Schade, dass ich mich nicht auf dem Boden legen kann. Das ist natürlich kleiner Nachteil. Aber das geht schon. So, weiter geht's. Da vorne sind noch mehr Leute. Angriff. So. Lass rocken Digga, lass rocken. Oh mein Gott Digga. So, jetzt liege ich hier am Boden. Muss natürlich wiederbelebt werden. Und jetzt warte ich natürlich auf einen, der mich gleich rettet. Das hoffe ich zumindest, dass er mich rettet. Leute. Oh, da kommt schon ein richtiger Wetter. Vielen Dank dafür Digga. Kein Problem. Da lade ich nach. Oh. Perfekt. So. Wir müssen jetzt hier dieses Piratendorf durchqueren. Das ist natürlich anstrengende Sache. Oh. Was wächst denn gerade? Oh. Da wächst das Gras hier. So. Zack. Hier rüber. Oh. Ich laufe einfach durch Digga. Ich laufe einfach durch. Oh. Wir schaffen das Leute. So. Ich muss mich jetzt erst mal heilen. Oh. Nimm hier die Spritze. Zieh mir die rein. So. Da vorne ist der Checkpoint. Ah. Ja. Das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. Das war so eine kleine Koppenmodus Special Video. Ich hoffe es euch nicht gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later Alligator. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. Ciao.